Ich lasse eigentlich noch normal, also, zum Beispiel, ich gehe einmal ganz kurz ins Lehrerzimmer. Okay, kann man ja noch glauben, weil wir noch was holen oder so müssen. Okay, meine Klasse rastet sofort aus. Alle tanzen und machen, was sie wollen. Also, und die Mädchen da, paar Mädchen machen auch mit, aber ich und meine Freunde, Junge, wir sitzen da so und wir denken uns, Junge, was möchtest du uns? Jetzt hört uns. Die Jungs, die rasten richtig, richtig aus. Also, sowas kann man noch nicht glauben. Also, ja. Wenn Jungs jetzt mal in der Klasse das Video anschauen, es tut mir leid, aber ihr nervt. Ihr nervt. Aber zwei Jungs mit der Klasse mag ich auch, von denen bin ich halt, ich bin eigentlich mit allen befreundet. Außer so zwei Jungs. Die sind nämlich manchmal ein bisschen dumm. Also, es tut mir leid, aber ja. Und die Nerven, so drei. Und einmal, der Lehrer, wo wir Frühstückspause haben, Junge, der Lehrer, also der mit uns da vorne unterbreitet, oder der, der Jungs, einer, wir haben nämlich so ein Radio oder keine Ahnung, worum ist, die machen sofort richtig laute Musik. Das ist irgendwie so eine Kapp, ähm, Tisch waschen, Junge, die Jungs, die rasten so und alle aus. Also, ja. Wenn ihr so welche Jungs auch habt, dann schreibt es unten in der Kommi. Und, ja. Aber irgendwie freue ich mich auch wieder, zur Schule zu gehen. Aber, ja. Okay. Hey, warum gehen jetzt auf einmal alle da? Oh, Mann, oh, ich mag diese... Das nicht. Ich hoffe, ich würde Mörder. Einen Sheriff finde ich gar nicht gut. Aber, naja. Und diese Jungs, die nerven so lange. Wow. Ich bin nicht. Oh, mein Gott, nicht, dass ein Sheriff oder so ist. Oh, ich hab so Angst. Oh, hey, Junge, ich hab so Angst. Aber, nein. Ähm. Ähm. Wenn ich mich verfolge, dann heißt es bestimmt, dass sie irgendwas ist. Ich hab's gehört, hier ist jemand gestorben. Na, ja. Ich hoffe, es ist auch ein nächstes Spiel. Und, bitte können wir vielleicht jemanden mir abonnieren. Ich bin halt nicht berühmt. Ich weiß. Aber, ich würde mich sehr gerne auf ein Abo freuen. Und, ja. Ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen. Nee, 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 nee. Ah. Ich hab so Angst. Aber, naja. Also, ich wollte jetzt nicht, nee, 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 abonnieren folgen. Aber, ja. Schreibt bitte eure Namen in den Kommentaren. Weil, ich bewerte euren Namen. Oh, mein Gott. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Ach, Mann, wir haben sie nicht mal gesehen. Ach, Mann, wir haben sie nicht mal gesehen. Naja. Ähm. Aber, ich würde, glaube ich, glaube ich, dann noch, ähm, gleich Namen werden. In der nächsten Runde oder so. Aber, ja. Ich hoffe mal, dass euch das Video dann gefällt. Und, ja. Mit meiner Freundin mache ich vielleicht auch ein Video. Aber, ja. Sie darf, wie ich darf sie, vielleicht darf sie auch nicht, vielleicht darf sie einmal Hallo sagen. Aber, ja. Also, jetzt würde ich sowieso noch ein Video machen, weil es ist ja ganz schön spät schon. Um eine Freundin von mir. Sie muss schon schlafen, weil sie ist halt noch kleiner. Sie ist einiger Junge als ich. Aber, ja. Weil sie da muss jetzt auch voll früh hin. Eigentlich darf sie bis in null Uhr. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob ich bis null oder ein Uhr bleiben darf. Aber, naja. Jetzt werden wir uns mal wachsen. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt reingegangen?